hallo liebe britte von den herzlich willkommen zur weiteren folge löffler ist spiel heute mit einer kickstarter preview für die ich kein geld kriege dafür kriegt ihr eine ehrliche meinung und zwar haben wir von amphora games pandemain das traditionelle bauernbrot so wird es glaube ich auf deutsch heißen worum es bei diesem spiel geht gucken wir uns jetzt erst mal zusammen an um eine vorstellung zu bekommen was man bei diesem spiel alles so machen kann gehen wir einfach mal zusammen durch das dorf wir fangen an hier beim bauernhof stelle ich dort ein meiner arbeiter rein kann ich eine münze drei oder vier münzen ausgeben je nachdem um mir eins dieser plättchen zu holen und zwar ein wagen der hilft über dem transportieren eine kuh die produziert milch oder ein ochsen mit dem kann man noch mehr transportieren das fällt auch schon gleich hier auf denn wenn ich wasser holen will kann ich alleine na klar linke hand rechte hand nur jeweils ein eimer wasser tragen aber habe ich noch die schubkarre dabei dann kann ich die einfach umswitchen und kann dann sogar vier wasser transportieren beim markt brauche ich zum einen wenn ich viel haben will wieder ein transportmittel zum anderen ist ja auch der zeitpunkt entscheidend wenn ich jetzt der erste bin habe ich hier noch freie wahl allerdings brauche ich für die beiden mindestens einen transportwagen so ein karren und für die äußeren brauche ich sogar ein ochsen wenn ich jetzt hier drauf gehe dann kriege ich die waren die da drunter sind die waren die hier drunter sind dann geht man zum zelt und dann habe ich die wahl entweder das zu bekommen oder das zu bekommen das ganze kostet mich dann zwei münzen anders sieht das schon aus wenn vorher andere leute hier waren wenn ich jetzt hier drauf gehe zahle ich zwei münzen plus eine münze für jeden der rechts von mir ist das heißt noch eine noch eine da wären da schon vier münzen beim handelshaus kann ich verschiedene warengruppen gegeneinander tauschen zum beispiel punkte mehl geld milch oder wasser salz und hefe und ich gebe eins zu eins das heißt ich kann eine münze geben und nehme mir hier von drei in jeglicher kombination ich kann mich auch beeilen dann gebe ich das doppelte aus tausche also zwei zu eins suche also nicht nach dem besten angebot sondern dem das erstbeste das mir einfällt und gebe zum beispiel zwei münzen aus um zwei milch zu bekommen aber weil ich mich beeilt habe darf der auch gleich weiter gehen zum beispiel hier hin zum backen wenn ich jetzt allein unterwegs bin kann ich genug waren mit mir nehmen um zwei brote zu backen habe ich ihn karren oder ochsen dabei dann kann ich drei oder mehr backen außerdem kostet mich das als erster kein geld aber dem nächsten kostet das eine münze und dem würde es schon zwei münzen kosten apropos backen abgesehen von den zutaten die ich mir hier hole brauche ich natürlich mail also kann ich hier zur mühle gehen je nach spieleranzahl können da drei oder vier mit insgesamt drauf stehen dann gebe ich das geld aus und nehme mir hier von was mit möchte ich vier haben dann brauche ich wieder ein transportmittel weil so viel kann man alleine nicht tragen ich kann alternativ aussagen ich arbeite den ganzen tag hier und dann bekomme ich am ende des tages also im endeffekt am nächsten tag zwei mail meiner wahl beziehungsweise drei wenn mich bei der arbeit noch ein ochse unterstützt hat sollte mir das geld ausgehen dann kann ich hier oben im schloss arbeiten bekomme dafür zwei pfennig alternativ mit ochsen drei pfennig oder sechs wenn ich sie mir leihen dann nehme ich mir so eine anleihe die sehen aber nicht so hässlich aus im finalen spiel wie jetzt im prototypen aber weil das natürlich ein bisschen unehrenhaft ist sich geld zu leihen verliere ich auch zwei rumes punkte zu guter letzt war die kirche natürlich auch ein wichtiger faktor in der damaligen zeit und wenn ich jetzt hier hingehe dann kann ich hier von etwas ausgeben und zwar spenden zwei münzen hier gibt es verschiedene plättchen aktuell wäre es ein milch oder ich gebe ein karren ab und würde dann ein zwei oder beziehungsweise hier noch mal zwei felder auf der leiste vorgehen außerdem lege ich hier oben ein plättchen hin und wäre dann in der nächsten runde startspieler weil das ist die reihenfolge in der gespielt wird und wenn ich jetzt alles wie ausgegeben hätte dann würde ich hier vier felder vorgehen bekomme ich hier noch mal zwei siegpunkte überschreite ich dieses feld dann darf ich mir hier von was aussuchen und den jederzeit benutzen den sofort effekt und wenn ich hier rüber komme über die acht dann kriege ich einen zusätzlichen worker außerdem bewegt sich hier der inquisitor jede runde je nachdem wie viel da oben angezeigt wird und stehe ich davor so zum beispiel dann kriege ich einen siegpunkt stehe ich dahinter dann kriege ich ein bestrafungspunkt in der fortgeschrittenen variante der nachher minus drei punkte wert ist wenn ich den nicht weg bekomme so viel erstmal zur basis variante natürlich wollen wir jetzt auch gucken wie backe ich eigentlich brot und da gucken wir uns unser spieler board an zum einen habe ich hier das mehl das ich gesammelt habe und hier oben sehen wir wie viel ich von den jeweiligen zutaten habe hier ist das bereits gebackene brot und hier sehen wir die rezepte das heißt wenn ich jetzt zum beispiel meiner figur hier hingehe und ich möchte backen dann gucke ich was habe ich denn so ich würde gerne vielleicht gucken wir mal hier von eins backen das würde mich zwei wasser kosten ein salz ein hefe und milch bräuchte ich auch noch dafür müsste ich einmal meine kuh melken dann würde ich zwei mich bekommen von denen ich gleich eins ausgebe und dann hätte ich so ein brot in guter qualität gebacken und darf dann das obere zeichen immer umdrehen und lege das hier hin das heißt aktuell vier punkte ist das wert und das geht in den allgemeinen vorrat jetzt habe ich hier noch ein bisschen was über mit grün kann ich maximal das hier backen das heißt da brauche ich wieder 12 milch zwei salz und ein hefe würde den jetzt umdrehen aber weil ich das nicht nach rezept gebacken habe sondern hier noch ein zweites grünes stadt oranges ausgegeben habe ist das minderer qualität das eine verliere ich und lege das hier unten hin das ist natürlich weniger punkte wert zu guter letzt möchte ich natürlich auch noch das brot verkaufen dafür gibt es vier städte ich habe jetzt mal einfach nur eins hier ausgelegt und da ist das ganz einfach wenn ich hier drauf gehe dann kann ich alles mögliche brot verkaufen dass ich hier oben sehe das ist was nächste runde in dieser stadt gefragt ist jetzt habe ich aktuell ein oranges ein gelbes das heißt das grüne würde ich nicht loswerden könnte aber das orange verkaufen kriegt drei siegpunkte plus noch ein siegpunkt die beiden verschwinden würde noch das gelbe verkaufen dafür kriege ich vier siegpunkte aber leider hier keine weiteren würde die siegpunkte aber natürlich mitnehmen und wenn ein anderer spieler hier drauf geht und pro stadt darf immer nur einer hin dann muss der hier unten hingehen und muss mir eine münze zahlen und hat jetzt nur noch gelb und braun zur auswahl außerdem sobald man etwas verkauft kann man sich hier so eine karte nehmen in diesem fall würde ich jedes mal wenn ich im schloss arbeiten gehe eine zusätzliche münze haben sobald ich diesen bewohner auf meine seite gebracht habe wenn ich brot verkaufe dann werde ich natürlich auch dafür bezahlt ich kriege nicht nur rum ist punkte so genannt oder die siegpunkte wie man sie auch nennen will sondern je nach brot kriege ich zwischen fünf und sieben fennig bezahlt so viel erstmal zur basis variante und da sieht man schon hier gibt es einfach spots wo das sprichwort zutrifft wer zuerst kommt mal zuerst natürlich am ehesten in der mühle denn was weg ist ist weg da kann man sich das dann nicht mehr aussuchen aber auch hier möchte man erster sein damit man in der reihenfolge nächstes mal oben steht man möchte hier unten in der leiste vorne sein damit man hier noch eine große auswahl hat damit man früh den bekommt den extra arbeiter man möchte hier vorne sein oder hier zuerst sein damit man nicht unnötig geld ausgeben muss und das gleiche trifft natürlich auch in den städten zu denn was verkauft es ist verkauft dann ist die nachfrage weg so funktioniert erst mal das basis spiel bis dahin ist das eigentlich ein relativ simples worker placement spiel natürlich muss man ein bisschen gucken wer ist wo wann und wie gehe ich mit meinen ressourcen um ein bisschen taktischer wird es dann wenn wir die weiteren regeln mit ins spiel integrieren und zwar haben wir hier zum einen hier oben verschiedene bäckermeister die ich einstellen kann die dann für mich arbeiten das kostet mich erstmal ein fennig den einzustellen und zwar kann ich ohne diese nur die standard roggenbrote die orangen also backen aber wenn ich den einstelle dann kann ich auch die gelben backen bzw hier die grünen und erst wenn sie zum erfahrenen bäckermeister geworden sind dann kann ich auch die braunen backen das passiert indem ich sie entweder hier noch mal drauf gehe und in die schulung schicke und noch mal nachbessern dass dann kann ich so ein umdrehen und dann wird er besser oder wenn er zwei brote gebacken hat hat er auch erfahrung gesammelt sollte ich den nicht bezahlen können oder wollen jeden tag muss ich ihm natürlich lohn zahlen dann geht er hier wieder zurück ist er bereits erfahren bleibt er auch erfahrung kann so von anderen auch gekauft werden bzw eingestellt werden außerdem haben wir hier oben noch eine leiste und zwar ist das wie gut ist unser brot wie bekannt sind wir dafür und immer wenn wir qualitativ hochwertiges brot kaufen dann geht unser marker ein nach oben verkaufen wir relativ schlechtes brot also weil wir es nicht nach rezept gekocht haben dann geht unser marker ein nach unten das gibt dann am ende des spiels noch mal abzüge oder zusatzpunkte außerdem wenn man hier oben ist und nicht mehr weiter kann kann man auch noch mal immer extra punkte kriegen und man kriegt auch noch zusätzliche ressourcen auf markt noch zu erwähnen wäre dass diese bäckermeister auch noch zusatzfähigkeiten geben wie zum beispiel immer wenn ich ein gelbes brot verkaufe dann kriege ich einen punkt oder hier kriege ich eine münze fassen wir zu guter letzt den reinen ablauf noch mal eben schnell zusammen und zwar in der tagesphase setzt man seine worker ein das macht man reihum bis alle damit fertig sind am abend kommen alle wieder zurück und das brot schiebt sich auf der skala ein nach unten das heißt es wird schlechter und älter und dadurch ist es auch weniger punkte wert wenn es hier hinten angekommen ist es verschimmelt und kann nur noch als tierfutter verkauft werden dann kann man noch eine nachtschicht einlegen und zwar für einen zuschlag von einem pfennig kann ich einen nachtarbeiter einstellen und der kann dann noch einen der nachtplätze bedienen und zwar kann man hier wasser sich holen noch mal waren tauschen in die kirche gehen und dort was spenden und das spannendste das brot backen wer kennt es nicht eigentlich gefühlt nachts wird das brot gebacken damit das nächsten tag frisch ist da wir nämlich schon diese phase wo das schlechter wird vorbei sind kann man dann hier brot backen und das frische brot verkaufen dann kommt die morgenphase zu guter letzt ich drehe sie jetzt mal um weil die ist ein bisschen genauer erklärt und zwar kommen da alle figuren wieder zurück ein weiterer tag wird hier umgedreht und sobald fünf tage gespielt sind ist das spiel auch vorbei alle verbrauchten marker werden wieder umgedreht und können verwendet werden außerdem bekommt jetzt jemand der hier gearbeitet hat seinen lohn sobald ein neuer tag beginnt muss man für diesen tag auch bezahlen je nachdem was das ist ein oder zwei cent außerdem muss man am tag natürlich seine angestellten bezahlen ein oder zwei pfennig man kann beliebig viele davon haben und wenn man nicht zahlt der geht wieder zurück die milch wird schlecht außerdem ändert sich hier das kommt alles weg kommt eine neue auslage in den städten kommt neues brot rein hier wird die neue reihenfolge hingelegt noch zu erwähnen wäre das in der nachtphase die verkehrt herum reihenfolge beginnt das heißt unten grün dürfte jetzt als erstes ein seiner nachtarbeiter rein stellen und in der neuen runde darf ebenfalls derjenige der am weitesten unten ist diesen angestellten vom schloss irgendwo hinstellen und zwar kannte der sagen noch der geht mal hierhin oder hierhin wie es möchte grün der platt der blockiert auch kein feld aber sobald man sich dort hinstellt kann man an denen ein brot verkaufen und wenn man das macht kriegt man eines der plättchen die hier oben ausliegen freie wahl und auch hier möchte man eigentlich gerne erster sein weil die unterschiedlich stark sind ich könnte mir zum beispiel drei punkte nehmen oder ein ochsen for free die werden dann umgedreht und sobald die alle verwendet wurden kommen neue ins spiel ich möchte auf jeden fall noch mal darauf hinweisen dass das hier ein prototyp ist und das final da auf jeden fall noch ein bisschen was gemacht wird trotzdem ist dieser prototyp schon relativ weit aber gerade was diese karten angeht da wird noch mal varianz sein da werden die figuren natürlich alle noch mal anders aussehen aber das was wir hier sehen es kommt dem finalen schon ganz nah und ich sage euch nicht wie andere youtuber ihre ehrliche meinung gesagt haben dass das artwork phänomenal ist amazing one of the beautiful games i ever seen und diesen ganzen quatsch den man sieht ich muss sagen erst im moment wo ich das spiel gesehen habe dachte ich hässlich aber ich muss sagen jetzt wenn es auf dem tisch ist und man sich genauer anguckt und das dorf anguckt es hat schon einen gewissen charme das kann ich dem schon abgewinnen ich würde es jetzt also nicht mehr als hässlich bezeichnen aber sind wir mal ehrlich das gewinnt keinen preis mit diesen artwork aber ich finde es ist sehr funktional es ist okay es transportiert die stimmung die es haben will und gerade dass das was die einzelnen felder können versteht man hier super deutlich also mein testrunden musste nicht mehr nachgefragt werden was mache ich noch mal da weil das war immer sehr sehr deutlich zu erkennen das will ich dem auf jeden fall schon mal hoch anrechnen ist ja nun mal immer geschmackssache deswegen will ich da auch gar nicht so weit darauf eingehen sondern ein bisschen mehr auf den reinen spiel mechanismus wir haben hier wie ich eben schon gesagt habe eigentlich ein klassisches worker placement spiel und gerade dieser drang werk erst zuerst kommt mal zuerst man will überall immer der erste sein das macht dieses spiel auf jeden fall schon mal ganz gut mir persönlich war diese standard variante war okay aber da hat mir einfach das gewisse etwas gefehlt muss ich sagen deswegen bin ich gleich zur experten variante übergegangen ab dem zweiten spiel und da wurde das ganze dann schon ein bisschen kniffliger kniffliger das wollte ich sagen man man musste schon genauer gucken was machen die anderen vor allen dingen wo stehen sie wann jetzt welchen hin was könnten die danach vorhaben gehe ich vielleicht zuerst dahin um den irgendwie dazu vorzukommen was wegzunehmen das macht das dann doch schon ganz gut es ist ansonsten ich würde jetzt sagen es gewinnt keine innovations preis das auf jeden fall nicht aber man kriegt hier ein wirklich soliden worker placement spiel und der preis ist auch recht schlank ich glaube knapp über 30 euro das ist auf jeden fall okay ich musste ja gerade noch mal in der anleitung was nachgucken und dazu kann ich auch gleich ein wort verlieren die deutsche anleitung ist unglaublich gut geschrieben also allgemein die anleitung wirklich vorbildlich so wünscht man sich das sehr sehr schön und ich wollte was ich nachgucken musste in automa modus kommt noch dazu das finde ich ganz cool die idee und zwar gibt es dann drei charaktere die werden mit so einem aktions deck irgendwie dargestellt konnte ich leider noch nicht testen und die idee dahinter ist klar man kann es alleine spielen aber wenn man nur zu zweit ist man möchte das spiel eigentlich doch lieber zu dritt oder zu viert spielen dann kann man ein oder zwei von diesen charakteren noch dazu nehmen außerdem wird es noch verschiedene szenarien geben wo die regeln ein bisschen abgewandt wird werden wo es noch mal ja ich musste es gerade noch mal nachgucken abgegemerkt bei den szenarien war ich mir jetzt nicht so ganz sicher hier zum beispiel hungersnot in ulm da gibt es einfach verschiedene themen mit verschiedenen besonderen regeln die spielt man eigentlich auch mit den automa modus außer wenn man zu viert ist man kann es auch mit weniger steht hier drinnen das habe ich alles noch nicht getestet das werde ich dann machen sobald ich das finale spiel dann bei mir auf den tisch habe ja zu guter letzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig als zu sagen wenn ihr interesse daran habt wenn ihr sagt ja worker placement ist mein genre dann geht doch mal eben schnell bei kickstarter vorbei werft ein blick drauf und guckt ob das spiel was für euch ist und falls nicht dann vielleicht was der nächste titel wie immer viel spaß beim spielen bis zum nächsten mal euer löw bis zum nächsten mal